G.M.Factory präsentiert Montague Rhodes James sämtliche Geistergeschichten Gelesen von Gregor Schweitzer Graf Magnus Auf welche Weise die Dokumente, die ich zu einer Geschichte miteinander verbunden habe, in meine Hände gelangt sind, wird der Leser erst ganz am Schluss erfahren. Trotzdem ist es nötig, meinen Auszügen daraus eine Vorbemerkung voranzustellen, und zwar zu der Form, in der mir diese Aufzeichnungen vorliegen. Sie bestehen zum Teil aus einer Materialsammlung für eine Reisebeschreibung in Buchform, wie sie in den 1840er und 1850er Jahren sehr verbreitet war. Horace Marriott Tagebuch eines Aufenthalts in Jütland und auf den dänischen Inseln ist ein gutes Beispiel dafür. Solche Publikationen befassten sich meistens mit irgendeiner weithin unbekannten Gegend des europäischen Kontinents und waren mit Holz- oder Stahlstichen illustriert. Sie enthielten auch detaillierte Angaben über Übernachtungsmöglichkeiten in Hotels und das Angebot an Verkehrsmitteln, wie wir es heutzutage ja von jedem gut strukturierten Reiseführer erwarten. Einen großen Teil nahmen jedoch oft Berichte über Gespräche mit klugen, fremden, leutseligen Gastwirten, die die ein oder andere anzügliche Geschichte beizutragen wussten, und manchen zur Auskunft bereiten Bauern ein. Kurz gesagt waren solche Unterhaltungen die Würze dieser Bücher. Ursprünglich als allgemeine Materialsammlung für ein solches Buch gedacht, nahmen die Aufzeichnungen im Fortgang mehr und mehr den Charakter eines Berichts an, der sich nur noch auf eine einzige persönliche Erfahrung konzentrierte. Und dieser Bericht zog sich bis zu eben jenem Abend hin, an dem er aus zwingenden Gründen abbrechen musste. Der Autor war ein Mann namens Rexell. Ich kann über ihn nur so viel sagen, wie ich aus seinen Aufzeichnungen erfahren habe. Demnach war er über die mittleren Jahre schon hinaus, verfügte über gewisse finanzielle Mittel und stand ziemlich allein in der Welt. Offenbar hatte er in England keinen festen Wohnsitz, sondern stieg in der Regel in Hotels oder Pensionen ab. Wahrscheinlich spielte er mit dem Gedanken, sich irgendwann in der Zukunft irgendwo fest niederzulassen, aber dazu kam es nie. Vermutlich hat das große Feuer Anfang der 1870er Jahre im Londoner Lager- und Warenhaus Pentechnikon vieles davon zerstört, das ein Licht auf seine Vorgeschichte hätte werfen können. Ein oder zweimal erwähnt er in seinen Aufzeichnungen, dass dort sein Besitz eingelagert war. Anscheinend hatte Mr. Rexell früher schon ein Buch veröffentlicht, und zwar über seinen Ferienaufenthalt in der Bretagne. Näheres weiß ich nicht. Nach gründlicher jedoch erfolgloser Suche in bibliografischen Nachschlagewerken bin ich mir jedoch sicher, dass er es nicht unter seinem Namen, sondern entweder ohne Angabe des Verfassers oder unter einem Pseudonym hat erscheinen lassen. Was seinen Charakter betrifft, fällt es nicht schwer, sich zumindest ein oberflächliches Bild davon zu machen. Mr. Rexell muss ein sehr intelligenter und kultivierter Mann gewesen sein. Offenbar stand er kurz vor der Ehre, als Fellow in sein Oxforder College aufgenommen zu werden. Den zeitlichen Hinweisen nach muss es das Bresnos College gewesen sein. Seine größte Schwäche war eindeutig eine übersteigerte Wissbegierde. Bei einem Reisenden und Reiseschriftsteller vielleicht eher eine Stärke, im vorliegenden Fall jedoch ein verhängnisvoller Fehler, für den Mr. Rexell letztendlich teuer bezahlen musste. Bei seiner, wie wir heute wissen, letzten Entdeckungsreise befasste er sich mit Vorarbeiten für ein weiteres Buch. Diesmal galt sein Interesse Skandinavien, da diese Region Europas seinen englischen Landsleuten seinerzeit noch kaum bekannt war. Er muss wohl auf einige alte Bücher über die Geschichte Schwedens oder auch gewisse Lebenserinnerungen gestoßen und dabei auf die Idee gekommen seien, ein Buch mit einer Reisebeschreibung, angereichert durch Episoden aus der Geschichte einiger bedeutender schwedischer Familien, könne durchaus Käufer finden. Deshalb besorgte er sich Empfehlungsschreiben von einigen einflussreichen Persönlichkeiten in Schweden und brach im Frühsommer 1863 dorthin auf. Von seiner Reise durch den Norden Europas gibt es in diesem Zusammenhang nichts Wichtiges zu berichten, auch nicht von seinem mehrwöchigen Aufenthalt in Stockholm. Zu erwähnen ist hier nur, dass ihn dort ein gelehrter Einheimischer auf ein aufschlussreiches Familienarchiv hinwies, das den Eigentümern eines uralten Gutshauses in Westergürtland gehörte. Derselbe Mann besorgte ihm auch die Erlaubnis zur Einsichtnahme in das Archiv. Nennen wir dieses Gutshaus oder Herrgott Röbeck, ausgesprochen wie Röbeck mit dumpfem O, auch wenn es in Wirklichkeit anders hieß und heute noch heißt. Es ist eines der schönsten Gebäude dieser Art in ganz Schweden, und der Kupferstich davon aus dem Jahre 1694, enthalten in Dahlberg, Suezia, Antiqua et Moderna, zeigt es fast so, wie es Reisende heute noch sehen können. Es wurde kurz nach 1600 gebaut und ähnelt in Baustil und Material, roter Backstein mit steinernen Verzierungen, weitgehend einem englischen Landsitz dieser Epoche. Ein Sprössling der berühmten Familie de la Gardie hat es errichten lassen, und dessen Nachkommen besitzen das Gutshaus auch heute noch. Und so will ich diese Familie auch nennen, wenn sie später erwähnt werden muss. Man empfing Mr. Wrexell sehr freundlich und höflich und drängte ihn auf die Dauer seiner Nachforschungen, ein Zimmer in dem geräumigen Haus zu beziehen. Doch da ihm seine Unabhängigkeit am Herzen lag, und er sich auch nicht recht zutraute, Gespräche auf Schwedisch zu führen, quartierte er sich lieber im Dorfgasthof ein. Es stellte sich heraus, dass diese Unterkunft durchaus komfortabel war und zumindest für die Sommermonate ausreichte. Dieses Arrangement bedeutete, dass Wrexell täglich einen kurzen Spaziergang zum Gutshaus und zurück zum Gasthof machen musste, denn das Anwesen der Familie de la Gardie, umgeben von stattlichen, uralten Bäumen, lag etwa anderthalb Kilometer vom Dorf entfernt in einem Park. Den kleinen Wald hatte man bereits beim Bau des Gutshauses angelegt, und jetzt lieferte er den Besitzer Nutzholz. An das Haus grenzte der eingezäunte Garten an, und von dort aus gelangte man zu einem dichten Gehölz rund um einen der kleinen Seen, wie man sie überall in Schweden findet. Erst dahinter stieß man auf die hohe Mauer, die den Privatgrund der Familie nach außen hin abschirmte. Von hier aus konnte man einen steilen, kleinen Hügel besteigen. Eher war es ein von einer dünnen Erdschicht bedeckter Felsen, und auf dessen höchstem Punkt stand inmitten hoher, düsterer Bäume die Dorfkirche. Für die Augen eines englischen Betrachters bot dieses Gebäude einen seltsamen Anblick. Das Hauptschiff und die Seitenflügel wirkten wie geduckt. Trotzdem hatten hier zahlreiche Kirchenbänke und kleine Emporen Platz gefunden. Auf der westlichen Empore stand die schöne alte Orgel mit ihren silbernen Pfeifen, farbenfroh bemalt. Ein Künstler des siebzehnten Jahrhunderts hatte die niedrige Decke mit einer sonderbaren, überaus hässlichen Darstellung des jüngsten Gerichts verziert. Einer wilden Mischung aus grellen Flammen, einstürzenden Städten, brennenden Schiffen, jammernden, verdammten und düster, grinsenden Dämonen. In scharfem Kontrast dazu hingen schön gearbeitete Kronleuchter aus Messing von der Decke herunter. Die Kanzel ähnelte eher einer Puppenstube, so vollgestopft war sie mit kleinen, bemalten Holzfiguren, die Engel und Heilige verkörperten. Am Pult des Predigers war ein Brett mit drei Sanduhren befestigt. Heute noch bieten viele schwedische Kirchen ein ähnliches Bild. Was diese Kirche von anderen unterschied, war lediglich ein Anbau, den man dem ursprünglichen Gebäude später hinzugefügt hatte. Am Ostende des nördlichen Seitenschiffs hatte der Bauherr des Gutshauses nämlich ein Mausoleum für sich und seine Familie errichten lassen. Das ziemlich große, achteckige Monument, in das durch mehrere ovale Fenster Licht fiel, überdachte eine Kuppel mit einem Zwiebelturm. Die schwedischen Architekten jener Epoche hatten eine Vorliebe für solche spielerischen Formen. Das Dach des Anbaus bestand außen aus Kupfer und war innen schwarz angestrichen, während die Wände wie die der Kirche blendend weiß getüncht waren. Zur Kirche bestand allerdings kein Durchgang. Zugang zum Mausoleum hatte man nur von außen, von der Nordseite her, wo Stufen zu dessen Pforte führten. Gleich hinter dem Friedhof lag der Pfad ins Dorf hinunter. Von hier aus bis zum Gasthof brauchte man nicht mehr als drei oder vier Minuten. Am ersten Tag seines Aufenthalts auf Gut Röbeck fand Mr. Rexell die Kirchentür offen und notierte sich bei dieser Gelegenheit die von mir geschilderten Besonderheiten der Kirche. Das Mausoleum war jedoch abgesperrt. Durch einen Blick durchs Schlüsselloch der hölzernen Pforte konnte er nur erkennen, dass sich innen schöne Marmorstatuen, Kupfersarkophage und als Wandschmuck zahlreiche Wappen befanden. Selbstverständlich drängte es ihn dazu, sich das alles genauer anzusehen. Die Dokumente der Familie, Hauptanlass seines Ausflugs nach Westergöttland, erwiesen sich tatsächlich als genau das Material, das er für sein Buch brauchen konnte. Es handelte sich dabei um Briefe, Tagebuchaufzeichnungen und Geschäftsbücher der frühesten Besitzer des Anwesens, alles sorgfältig und in gut lesbarer Schrift verfasst, zudem voller unterhaltsamer und anschaulicher Einzelheiten. Den Aufzeichnungen nach war der erste de la Gardie ein starker Charakter und tüchtiger Mensch gewesen. Kurz nach Fertigstellung des Gutshauses hatte dieser Landstrich schwere Zeiten erlebt. Die Bauern hatten sich zum Aufstand gegen den Adel zusammengeschlossen, mehrere Schlösser angegriffen und dort einiges verwüstet oder zerstört. Bei der Niederschlagung der Rebellion hatte der Besitz von Gut Röbeck eine führende Rolle gespielt. In den Dokumenten wurden Hinrichtungen von Redelsführern und harte Strafen erwähnt, die gnadenlos vollzogen worden waren. Das Porträt dieses ersten Gutsherrn namens Magnus de la Gardie zählte zu den Besten im Haus. Nach Erledigung seines Tagespensums sah sich Mr. Rexel am Folgetag das Gemälde gründlich und höchst interessiert an. Seine Aufzeichnungen enthalten keine ausführliche Beschreibung, doch immerhin konnte ich daraus schließen, dass das Gesicht weder von Schönheit noch von Güte geprägt war, sondern Rexel eher durch die Ausstrahlung von Stärke und Macht beeindruckte. Mr. Rexel schreibt sogar, Graf Magnus müsse wohl außergewöhnlich hässlich gewesen sein. An diesem Tag aß Mr. Rexel gemeinsam mit der Familie zu Abend und machte sich erst am späten, aber immer noch hellen Abend auf den Rückweg zum Gasthof. Ich muss daran denken, notierte er auf seinem Zimmer, den Küster zu fragen, ob er mich in das Mausoleum hineinlassen kann. Er selbst hat ja offensichtlich Zugang dazu. Heute Abend habe ich ihn nämlich auf den Stufen vor der Pforte stehen sehen. Meinem Eindruck nach hat er sie entweder auf- oder abgeschlossen. Weiter steht in Mr. Rexels Aufzeichnungen, dass er am nächsten Tag ein längeres Gespräch mit dem Wirt des Gasthofs führte. Anfangs wunderte ich mich darüber, wie detailliert er dieses Gespräch schriftlich wiedergab. Doch bald bemerkte ich, dass das, was ich hier vor Augen hatte, zumindest der Anfang Teil der Stoffsammlung für das von ihm geplante Buch war. Offenbar wollte er die Unterhaltung mit dem Wirt als einen der eher auflockernden, journalistischen Beiträge in sein Manuskript einbauen. Wie er schreibt, habe er herausfinden wollen, ob in dieser Gegend, in der Graf Magnus gewirkt hatte, noch Geschichten über ihn kursierten, und wenn ja, ob man ihn eher wohlwollend oder eher abschätzig beurteilte. Vom Wirt erfuhr Rexel, dass der Graf eindeutig unbeliebt gewesen war, und das aus triftigen Gründen. Wenn dessen Pächter an den für den Frohendienst festgesetzten Tagen zu spät gekommen waren, hatte der Gutsherr sie auf den spanischen Bock, ein Folterinstrument gespannt, oder im Hof auspeitschen, manchmal auch Brandmarken lassen. Ein- oder zweimal war es vorgekommen, dass Männer Land besetzt hatten, das zur Domäne des Gutsherrn gehörte. Deren Häuser hatten wundersamerweise an einem Winterabend Feuer gefangen, und alle Familienmitglieder waren in den Flammen umgekommen. Doch am meisten beschäftigte den Wirt etwas, auf das er wiederholt zu sprechen kam. Der Graf, sagte er, habe eine schwarze Wallfahrt unternommen und von der Reise etwas oder jemanden mitgebracht. Eine schwarze Wallfahrt. Genau wie Mr. Rexel wird sich der Leser an dieser Stelle fragen, was das sein soll, und genau wie Mr. Rexel wird er sich mit der Antwort noch ein wenig gedulden müssen. Der Wirt wollte Rexels Frage offensichtlich weder zufriedenstellend noch überhaupt beantworten. Es war ihm mehr als willkommen, dass man ihn gleich darauf nach draußen rief. Er streckte nur noch kurz den Kopf herein und sagte, er müsse dringend nach Skara und werde erst abends zurück sein. Also machte sich Mr. Rexel am folgenden Morgen in ziemlich unzufriedener Stimmung an sein Tagewerk. Doch die Dokumente, mit denen er sich nun befasste, lenkten seine Gedanken schnell in eine andere Richtung. Er sah nämlich den Briefwechsel zwischen der in Stockholm wohnenden Sophia Albertina und ihrer verheirateten auf gut Röbeck lebenden Cousine Ulrika Leonora aus den Jahren 1705 bis 1710 durch. Diese Briefe waren deshalb so interessant, weil sie ihm einen guten Einblick in die schwedische Kultur dieser Epoche gaben. Letzteres kann jeder bestätigen, der Gelegenheit hatte, diese Korrespondenz ungekürzt in den Veröffentlichungen der schwedischen Kommission für historische Schriften nachzulesen. Am Nachmittag war Rexel mit den Briefen durch und stellte die Kästen, in denen sie aufbewahrt wurden, zurück an ihren Platz im Regal. Da er systematisch vorgehen wollte, sah er sich auch gleich die nächsten Dokumente in der Reihe an, um zu entscheiden, mit was er sich am kommenden Tag vorrangig beschäftigen wollte. Den meisten Platz nahmen auf diesem Regal die Geschäftsbücher ein, die die Handschrift des Grafen Magnus aufwiesen. Doch eines dieser Bücher unterschied sich von den anderen. Statt Abrechnungen enthielt es alchemistische Traktate und weitere Abhandlungen ebenfalls in der Schrift des 16. Jahrhunderts, doch nicht aus der Feder des Grafen. Offenbar kannte sich Mr. Rexel mit der Literatur der Alchemisten nicht gut aus, denn er machte sich dazu eine Unmenge von Notizen, die er sich durch Auflistung der jeweiligen Titel und Anfangszahlen hätte sparen können. Es handelte sich nämlich um das Buch des Phönix, das Buch der 30 Worte, das Buch von der Kröte, das Buch Miriam, die Turbaphilosophorum und ähnliches. Danach lässt sich Mr. Rexel ausführlich über sein Entzücken aus, als er etwa in der Mitte des Textes ein nicht dazugehöriges Blatt entdeckte, das unter dem Titel Lieber Nigere Peregrinationis, die Handschrift des Grafen Magnus trägt. Es waren zwar nur wenige auf Latein verfasste Zeilen, aber sie bewiesen, dass der Wirt in ihrem Gespräch auf einen Glauben angespielt hatte, der aus der Zeit des Grafen Magnus stammen musste oder sogar noch älter war. Vermutlich war der Graf sogar ein Anhänger dieses Glaubens gewesen. Übersetzt lauteten die Zeilen, wenn ein Mensch sich ein langes Leben wünscht, wenn er sich einen treuen Diener verschaffen will und seine Feinde bluten sehen möchte, muss er sich als erstes in die Stadt Korazin begeben und dort dem Fürsten Ehre bezeugen. Das Wort nach dem Fürsten war ausgestrichen, allerdings nicht besonders gründlich. Mr. Rexel war sich ziemlich sicher, dass es Aeres, der Lüfte, geheißen hatte. Danach folgte nur noch eine einzige lateinische Zeile. Quere reliqua huius materiei inter secretoria. Alles weitere dazu ist in den privaten Aufzeichnungen zu finden. Zweifellos warf dies ein schlimmes Licht auf die Vorlieben und Überzeugungen des Grafen. Doch der Gedanke, dass der Adlige seine sowieso schon machtvolle Stellung durch Alchemie und so etwas wie schwarze Magie womöglich noch weiter auszubauen versucht hatte, machte ihn in den Augen Mr. Rexels lediglich zu einer exotischen Figur, die er nun noch faszinierender fand als zuvor. Für ihn war das alles ja Geschichte, schließlich trennten ihn fast 300 Jahre von Graf Magnus. Nachdem er dessen Porträt erneut eingehend betrachtet hatte, machte er sich auf den Rückweg zum Gasthof. In Gedanken beschäftigte er sich so sehr mit dem Grafen, dass er weder seine unmittelbare Umgebung noch die abendlichen Düfte des Waldes oder das auf dem See spielende Licht wahrnahm. Als er kurz stehen blieb, um zu verschnaufen, stellte er verblüfft fest, dass er bereits den Friedhof erreicht hatte und in wenigen Minuten beim Abendessen sitzen würde. Da fiel sein Blick auf das Mausoleum. »Oh, da bist du ja, Graf Magnus«, mummelte er. »Ich würde dir wirklich gern mal begegnen.« »Wie viele einsame Menschen«, schreibt Mr. Rexel, »habe ich mittlerweile die Angewohnheit, selbst Gespräche zu führen. Doch im Unterschied zu einigen der berühmten griechischen oder römischen Einzelgänger erwarte ich keine Antwort darauf. Jedenfalls, und vermutlich zu meinem Glück, hörte oder ertappte mich auf dem Friedhof niemand dabei. Nur ließ die Frau, die in der Kirche wohl putzte, irgendeinen blechernen Gegenstand fallen, und beim Scheppern fuhr ich zusammen. Graf Magnus hatte offenbar einen festen Schlaf. Am selben Abend machte Mr. Rexel Bekanntschaft mit dem Küster oder Diakon der Gemeinde, wie man einen solchen Kirchendiener in Schweden nannte. Der Wirt, der seinen Wunsch, den Mann kennenzulernen, mitbekommen hatte, stellte die beiden einander in der Gaststube vor. Nachdem sie sich für den kommenden Tag zur Besichtigung des Mausoleums verabredet hatten, unterhielten sie sich noch ein Weilchen miteinander. Mr. Rexel fiel dabei ein, dass zu den Aufgaben eines schwedischen Diakons auch der Konfirmandenunterricht gehörte, also konnte er bei seinem Gesprächspartner Bibelfestigkeit voraussetzen. Sogleich nutzte er die Gelegenheit, seine Kenntnisse der Heiligen Schrift wieder aufzufrischen. Können Sie mir irgendetwas über das Städtchen Korazin sagen, fragte er nicht ohne Hintergedanken. Der Diakon schien zusammenzuzucken, rief Rexel aber bereitwillig ins Gedächtnis, dass in den Evangelien nichts Gutes über den Ort und dessen Bewohner zu lesen war. Heute sind dort sicher nur noch Ruinen zu finden, oder? hackte Rexel nach. Stimmt vermutlich. Einige unserer älteren Geistlichen habe ich sagen hören, dass dort der Antichrist auf die Welt kommen soll. Außerdem kursieren bestimmte Geschichten, die... Ach ja, was für Geschichten, unterbrach Rexel ihn. Geschichten wollte ich sagen, an die ich mich leider nicht mehr erinnern kann. Bald darauf verabschiedete sich der Diakon. Da Mr. Rexel nun mit dem Wirt allein im Gastraum zurückblieb, war der Mann seinen Fragen schutzlos ausgeliefert, und Rexel hatte nicht vor, sein Opfer zu schonen. Übrigens habe ich heute etwas über die schwarze Wallfahrt herausgefunden, Herr Nielsen, begann er. Also können Sie mir nun genauso gut verraten, was Sie darüber wissen. Was hat der Graf von dort mitgebracht? Man sagt den Schweden ja allgemein eine sehr bedächtige Art nach. Vielleicht brauchte Herr Nielsen aber auch besonders lange für seine Antwort, wer weiß. Jedenfalls erwähnt Mr. Rexel, dass der Wirt ihn mindestens eine volle Minute anstarrte, ehe er die Sprache wiederfand. Doch dann rückte er nahe an seinen Gast heran und überwand sich offensichtlich voller Qualen dazu, mit einigen Informationen herauszurücken. Mr. Rexel, sagte er, ich kann nur diese kurze Geschichte erzählen, und nur diese eine, und wenn ich das getan habe, dürfen Sie mir keine weiteren Fragen stellen. Zu den Zeiten meines Großvaters, genauer gesagt vor 92 Jahren, haben zwei Männer gemeint, jetzt, wo der Graf tot ist, kann er uns ja egal sein. Heute Nacht wildern wir mal ein bisschen in seinem Wald herum. Sie wollten zu dem langgestreckten Gehölz, das Sie hinter Röbeck sicher schon gesehen haben. Die Leute, die das mit angehört hatten, warnten sie. Geht lieber nicht, bestimmt begegnet ihr dort solchen, die noch umgehen, obwohl sie eigentlich in ihren Gräbern ruhen müssten. Doch die beiden Männer lachten nur. Wildhüter gab es in jenem Wald nicht mehr, da wollte sich ja niemand freiwillig aufhalten. Und die Familie des Gutsherrn war verreist, also war niemand den beiden im Weg. Nun gut, sie zogen am Abend tatsächlich los. Mein Großvater saß genau hier in diesem Raum. Es war Sommer und die Nacht hell, deshalb konnte er vom offenen Fenster aus den Wald sehen und bekam jeden laut da drüben mit. Gemeinsam mit zwei oder drei anderen Männern blieb er am Fenster sitzen und alle spitzten die Ohren. Anfangs hörten sie nichts Besonderes. Sie wissen ja, wie weit der Wald entfernt ist. Doch dann schrie jemand so laut auf, als wurde ihm die Seele aus dem Leib gerissen. Alle Männer klammerten sich aneinander und blieben wohl eine Dreiviertelstunde so hocken. Dann hörten sie auf einmal jemand laut auflachen, kaum mehr als hundertfünfzig Meter entfernt. Aber es klang nicht nach einem der beiden Wilderer. Alle waren sich einig, dass die Stimme überhaupt nicht menschlich gewesen sein konnte. Danach schlug eine schwere Tür zu. Beim ersten Sonnenstrahl sind sie dann gemeinsam zum Dorfgeistlichen gegangen. Herr Pfarrer, haben sie gesagt, legen Sie gleich den Talar und die Halskrause an und kommen Sie mit. Sie müssen anders Björnzen und Hans Thorbjörn beerdigen. Sie waren sich nämlich sicher, dass beide Männer tot sein mussten. Also gingen sie zusammen in den Wald. Mein Großvater hat das sein Leben lang nicht vergessen. Später hat er erzählt, sie hätten dabei selbst wie Tote ausgesehen. Und auch der Pfarrer sei vor Angst totenbleich gewesen. Schon als sie bei ihm aufgetaucht waren, hatte er gesagt, heute Nacht habe ich erst einen grässlichen Schrei gehört und danach hat jemand sehr laut, furchtbar gelacht. Solange mir das im Gedächtnis ist, werde ich wohl nie mehr ruhig schlafen können. Gleich am Waldrand haben sie die beiden Männer gefunden. Hans Thorbjörn war noch am Leben. Er stand aufrecht da, den Rücken an einen Baum gelehnt und wehrte mit den Händen ständig etwas ab, was gar nicht da war. Sie brachten ihn zu seinem Haus in Nyköping und dort ist er noch vor Wintereinbruch gestorben. Bis zu seinem Tod hat er mit den Händen ständig was von sich gestoßen. Anders Björnson war schon tot, als sie ihn fanden. Eines kann ich Ihnen sagen, der war ein gut aussehender Mann gewesen, aber nun fehlte ihm das ganze Gesicht. Das Fleisch war bis zu dem Knochen abgeschält, verstehen Sie? Auch das hat mein Großvater sein Leben lang nicht vergessen. Sie hatten eine Trage dabei und darauf legten sie ihn. Den Kopf erhüllten sie mit einem Tuch. Der Pfarrer ging vor der Bahre her und soweit sie Töne herausbrachten, sangen sie zusammen einen Psalm für den Toten. Sie waren gerade mit dem ersten Vers durch, da stolperte der Träger am Kopfende und fiel hin. Als die anderen rüberblickten, sahen sie, dass das Tuch zu Boden geglitten war und anders Björnsens tote Augen nach oben ins Leere starrten. Das war mehr, als sie verkraften konnten. Also zog der Pfarrer dem Leichnam wieder das Tuch über den Kopf und schickte einen der Männer zum Dorf, damit er einen Spaten holte. Später haben sie Anders Björnsen dann an Ort und Stelle begraben, am Waldrand. Weiter heißt es in Mr. Rexells täglichen Aufzeichnungen, der Diakon habe ihn am nächsten Morgen bald nach dem Frühstück im Gasthof abgeholt und zum Mausoleum mitgenommen. Der Schlüssel zum Mausoleum hing gleich neben der Kanzel, wie ihm auffiel, und da die Kirche offenbar so gut wie nie abgeschlossen wurde, bedeutete das, dass er dem Mausoleum auf eigene Faust jederzeit einen zweiten Besuch abstatten konnte, falls die erste Besichtigung seine Neugier nicht vollständig befriedigte. Als er eintrat, verfehlten die zumeist im 17. und 18. Jahrhundert errichteten Grabmale nicht ihre Wirkung auf ihn. Sie waren üppig mit Inschriften und Wappen verziert, doch trotz des Prunks strahlten sie auch Würde aus. Das Zentrum des mit einer Kuppel überdachten Mausoleums nahmen drei Sarkophage aus Kupfer ein, die mit schönen Gravuren verziert waren. Zwei davon hatten Deckplatten, auf denen wie in Dänemark und Schweden üblich ein großes Metallkreuz prangte. Hingegen wies der dritte Sarkophag, es war offenbar der des Grafen Magnus, anstelle des Kreuzes ein lebensgroßes, eingraviertes Bildnis des Verstorbenen auf. Und wie Bänder rankten sich um alle Seiten des Sarkophags sonderbare, in Kupfer gestochene Szenen. Eine davon zeigte Schlachtgetümmel, den Pulverdampf von Kanonen, befestigte Stadtmauern und Soldaten, die ihre Spieße schwangen. Eine andere eine Hinrichtung. In einer dritten Szene rannte ein Mann mit fliegenden Haaren und ausgestreckten Händen so schnell er konnte durch ein Gehölz, verfolgt von einer sonderbaren Gestalt. Schwer zu sagen, ob der Künstler eigentlich einen menschlichen Verfolger hatte darstellen wollen und es ihm missglückt war, oder ob er diese Figur absichtlich wie ein Ungeheuer ins Bild gesetzt hatte. In Anbetracht des Geschicks, das der Künstler bei allen anderen Einzelheiten bewiesen hatte, hielt Mr. Rexell Letzteres für wahrscheinlicher. Der Verfolger war von auffällig kleiner Statur und fast von Kopf bis Fuß in einen viel zu langen Kapuzenumhang gehüllt, der über den Boden schleifte. Der einzige Körperteil, der aus dem Umhang ragte, ähnelte weder Hand noch Arm. Mr. Rexell vergleicht diesen Auswuchs mit den Fangtentakeln einer Feuerqualle und fährt fort. Als ich das sah, sagte ich mir, offenbar handelt es sich hier um eine allegorische Darstellung. Irgendein böser Geist oder Teufel jagt einer armen Seele hinterher. Vielleicht thematisiert die Szene die ursprüngliche Geschichte des Grafen Magnus und seines geheimnisvollen Begleiters. Eigentlich müsste also auch der Jagdherr wie ein Dämon aussehen, der in sein Horn bläst. Doch der Jagdherr hatte überhaupt nichts Spektakuläres an sich. Er war als Mann in einem Umhang dargestellt, der auf einen Stock gestützt auf einem kleinen Hügel stand und wie aus seiner Körperhaltung hervorging, die Verfolgungsjagd gespannt beobachtete. Mr. Rexell erwähnt auch die drei sorgfältig gearbeiteten massiven Vorhängeschlösser aus Metall, die den Sargdeckel sicherten. Ihm war aufgefallen, dass sich eines davon gelöst hatte und geöffnet auf dem Boden lag. Doch da er den Küster nicht länger warten lassen und die eigene Arbeitszeit nicht unnütz vertun wollte, brach er bald darauf zum Gutshaus auf. Später notierte er, Es ist doch merkwürdig, wie man, wenn man auf vertrauten Pfaden wandelt, sich so in Gedanken verlieren kann, dass man die Umgebung gar nicht mehr wahrnimmt. Heute Abend ist mir schon zum zweiten Mal völlig entgangen, wohin ich meine Schritte setzte. Ich hatte mir allerdings vorgenommen, dem Mausoleum heimlich einen zweiten Besuch abzustatten, um die Grabinschriften schriftlich festzuhalten. Plötzlich erwachte ich sozusagen wieder zu Bewusstsein und stellte fest, dass ich, wie schon einmal, bereits an der Friedhofspforte stand und Worte wie diese vor mich hinbrabbelte. Bist du wach, Graf Magnus, oder schläfst du, Graf Magnus? Es waren auch noch andere, ähnlich wirre Dinge, an die ich mich jedoch nicht mehr erinnern kann. Offenbar stand ich schon eine ganze Weile so da in Selbstgespräche vertieft. Mr. Wrexell fand den Schlüssel zum Mausoleum wie erwartet an einem Haken unter der Kanzel, trat ein und hielt die wichtigsten Grabinschriften in seinem Notizbuch fest, bis die hereinbrechende Dunkelheit ihn zum Abbruch zwang. Anschließend schreibt er, ich muss mich wohl getäuscht haben, als ich behauptete, eines der Vorhängeschlösser habe sich vom Sarkophag des Grafen gelöst. Heute Abend habe ich gesehen, dass sich sogar zwei Schlösser geöffnet haben und zu Boden gefallen sind. Ich habe beide vorsichtig aufgehoben und auf den Fensterseems gelegt. Vorher hatte ich ohne Erfolg versucht, sie wieder am Sarkophag zu befestigen und zu schließen. Das verbliebene Schloss hält aber noch. Offenbar hat es einen Schnappverschluss, doch ich habe keine Ahnung, wie man so etwas öffnet. Hätte ich das Schloss aufbekommen, wäre ich wohl so dreist gewesen, den Deckel des Sarkophags anzuheben, wie ich zu meiner Schande gestehen muss. Ist schon seltsam, welches Interesse ich für die Persönlichkeit dieses doch irgendwie bösartigen und abstoßenden Mannes aus altem Adelsgeschlecht entwickelt habe. Der folgende Tag sollte sich als der letzte seines Aufenthalts auf dem Gut Röbeck erweisen. Denn am Morgen hatte Mr. Brexell mehrere Briefe erhalten, in denen es um gewisse von ihm getätigte Kapitalanlagen ging. Deshalb schien es ihm ratsam, nach England zurückzukehren. Da er das Familienarchiv praktisch schon ganz durchgesehen hatte und die Rückreise recht lange dauern würde, beschloss er, seine Notizen noch kurz zu vervollständigen, sich danach zu verabschieden und unverzüglich abzureisen. Doch es stellte sich heraus, dass die letzte Überarbeitung der Notizen und der Abschied von den Döller-Gardis mehr Zeit als erwartet in Anspruch nahmen. Die gastfreundliche Familie bestand darauf, dass er zumindest noch zum Mittagessen blieb, das um drei Uhr nachmittags serviert wurde. Deshalb ging es schon auf halb sieben Uhr abends zu, als sich die schmiedeeisernen Tore des Gutshauses Röbeck hinter ihm schlossen. Er ließ sich viel Zeit für seinen Rückweg am Seeufer entlang, denn da er diesen Spaziergang zum letzten Mal machte, wollte er die frühabendliche Stimmung an diesem besonderen Ort mit allen Sinnen genießen. Als er den höchsten Punkt des Hügels, auf dem die Kirche stand, erreicht hatte, blieb er mehrere Minuten stehen und betrachtete die sich scheinbar endlos dahinziehenden Wälder in der Nähe und Ferne. Düster zeichneten sie sich vor dem grünlich schimmernden Himmel ab. Schließlich wandte er sich um und wollte weitergehen, doch da kam ihm der Gedanke, er müsse eigentlich auch dem Grafen Magnus und den anderen toten Ahnen der Familie de la Gardie einen Abschiedsbesuch abstatten. Bis zur Kirche waren es kaum mehr als zwanzig Schritte und er wusste ja, wo der Schlüssel zum Mausoleum hing. Bald darauf beugte er sich über den großen Kupfersarkophag des Grafen und führte wie üblich Selbstgespräche. Mag ja sein, dass du zu deinen Lebzeiten ein ziemlicher Mistkerl gewesen bist, Magnus, sagte er. Aber ich hätte dich trotzdem gern kennengelernt, oder lieber noch. Später notiert Mr. Rexall, genau in diesem Moment spürte ich, wie etwas meinen Fuß traf. Als ich ihn hastig zurückzog, fiel etwas zu Boden und blieb dort scheppernd liegen. Es war das dritte, das letzte der Vorhängeschlösser, die den Sarkophag gesichert hatten. Ich bückte mich also, um es aufzuheben, und der Himmel ist mein Zeuge, dass ich hier nichts erfinde. Noch ehe ich wieder aufrecht dastand, hörte ich Scharniere knarren und sah deutlich, wie sich der Sargdeckel hob. Ich mag mich wie ein Feigling verhalten haben, aber um nichts in der Welt wäre ich auch nur eine einzige Sekunde länger geblieben. Ich verließ das grauenvolle Totenhaus schneller, als ich es jetzt aufschreiben kann, fast so schnell, wie ich diesen Satz aussprechen kann. Aber was mir jetzt noch mehr Angst macht, ich habe es nicht geschafft, die Tür zum Mausoleum wieder abzusperren. Während ich hier in meinem Zimmer sitze und von diesen Ereignissen berichte, die nicht mehr als 20 Minuten zurückliegen, frage ich mich, ob die Scharniere des Sarkophags während meiner Flucht weiterhin geknarrt haben, finde aber keine Antwort darauf. Ich weiß nur, dass mich noch etwas anderes in Angst versetzt hat, das ich bislang noch nicht in Worte fassen kann. War es etwas, das ich hörte oder sah? Ich kann mich nicht daran erinnern. Was habe ich da nur angerichtet? Armer Mr. Rexall. Wie geplant brach er am folgenden Tag nach England auf und kam auch sicher dort an. Und doch war er ein gebrochener Mann, wie ich aus seiner veränderten Handschrift und den wirren Eintragungen schließe. Eines mehrerer kleiner Notizbücher, die mir zusammen mit anderen Unterlagen Rexalls ausgehändigt wurden, liefert zwar keine Schlüssel, aber zumindest einen Hinweis auf seine Erlebnisse während der Rückfahrt, die er größtenteils auf einem Fährschiff verbrachte. Ich fand darin nicht weniger als sechs mühselige Versuche, seine Mitreisenden aufzuzählen und in aller Kürze zu beschreiben. Es sind Einträge folgender Art. 24. Pfarrer eines Dorfes in Schonen trägt den üblichen Gerock und einen weichen, schwarzen Hut. 25. Handelsreisender von Stockholm nach Trollhättern unterwegs. Schwarzer Mantel, brauner Hut. 26. Mann in langem, schwarzem Umhang mit breitkrämpigem Hut, sehr altmodisch gekleidet. Dieser letzte Eintrag ist angestrichen und mit einer Anmerkung versehen. Möglicherweise identisch mit Nummer 13. Unter Nummer 13 ist ein römisch-katholischer Priester in Sultan eingetragen. Letztendlich kommt Mr. Wrexell bei seiner Auflistung immer zum selben Ergebnis. Es sind 28 Leute an Bord und darunter befindet sich stets ein Mann in langem, schwarzem Umhang mit breitkrämpigem Hut und ein zweiter Mann von kleinerer Statur, der einen dunklen Umhang mit Kapuze trägt. Außerdem hat Mr. Wrexell jedes Mal festgehalten, dass nur 26 Passagiere zu den Mahlzeiten erscheinen und der größere Mann im Umhang möglicherweise nicht daran teilnimmt. Der kleinere Kapuzenträger aber ganz sicher nicht. An der englischen Küste angekommen, ging Mr. Wrexell offenbar in Harwich von Bord und beschloss sofort, sich außer Reichweite einer bestimmten Person oder auch mehrerer Personen zu begeben. Er gibt keine nähere Erklärung dazu ab, war mittlerweile aber wohl davon überzeugt, dass er verfolgt wurde. Da ihm eine Eisenbahnreise in dieser Situation als zu riskant erschien, buchte er von Harwich aus eine geschlossene Droschke samt Kutscher und fuhr damit querfeldein zu dem Dörfchen Belgium-St. Paul. Es war gegen neun Uhr abends an einem Augusttag, dass er sich dem Ort näherte. Der Mond schien hell und Mr. Wrexell, der vorne in der Kabine saß, blickte vom Fenster aus auf die rasch vorbeiziehenden Felder und kleinen Gehölze. Viel mehr gab es hier ja nicht zu sehen. Plötzlich tauchte eine Straßenkreuzung auf, an der zwei reglose Gestalten standen. Beide trugen dunkle Umhänge, der größere der beiden außerdem einen Hut, der kleinere eine Kapuze. Mr. Wrexell blieb keine Zeit, die Gesichter zu mustern. Er konnte auch keine Bewegung der Männer ausmachen, aber das Zugpferd scheute heftig zurück und brach in einen Galopp aus, während Mr. Wrexell der Verzweiflung nahe auf seinen Sitz zurück sank. Er hatte diese Männer schon früher gesehen. In Belgium-St. Paul hatte er zumindest das Glück, trotz der späten Stunde ein komfortabel ausgestattetes Gästezimmer zu finden. Die folgenden 24 Stunden seines Lebens verbrachte er vergleichsweise ruhig und ungestört. Am folgenden Tag verfasste er seine letzten Aufzeichnungen. Sie sind so wirr und sprunghaft, dass ich sie hier nicht in voller Länge wiedergeben möchte. Dennoch geht das Wesentliche aus ihnen hervor. Mr. Wrexell rechnet mit einem Besuch seiner Verfolger. Wann und wie das sein wird, weiß er nicht, aber immer wieder tauchen in diesen Notizen die überaus besorgten Fragen auf, was habe ich da nur angerichtet und gibt es denn wirklich keine Hoffnung mehr? Ihm ist klar, dass er sich mit seinen Befürchtungen an niemanden wenden kann. Die Ärzte würden ihn für verrückt halten, die Polizisten ihn auslachen und der Dorfpfarrer ist auswärts beschäftigt. Was also bleibt ihm anderes übrig, als die Zimmertür abzuschließen und Gott um Hilfe anzuflehen? Noch im vergangenen Jahr konnten sich manche Leute in Belgium St. Paul daran erinnern, dass vor Jahren ein sonderbarer Fremder an einem Augustabend in ihrem Dorf abstieg und am übernächsten Morgen tot in seinem Pensionszimmer aufgefunden wurde. Es hat eine gerichtliche Untersuchung gegeben und die amtlich bestellten Leute, die sich den Leichnam anschauen sollten, sind bei dem Anblick in Ohnmacht gefallen. Zumindest sieben davon, berichteten die Dorfbewohner. Und keiner wollte sagen, was er gesehen hatte. Das Urteil der Leichenschau lautete, es sei eine Heimsuchung Gottes gewesen und die Inhaber der Pension sind noch in derselben Woche weggezogen. Nicht nur aus dem Haus, sondern auch aus unserer Gegend. Die Dörfler haben vermutlich nicht angenommen, dass jemals Licht in diese rätselhafte Geschichte kommen würde. Doch wie es der Zufall wollte, gelangte das kleine Gästehaus im vergangenen Jahr als Teil einer Erbschaft in meinen Besitz. Da es schon seit 1863 leer gestanden hatte und in schlechtem Zustand war, bestand aber keine Aussicht mehr, es irgendwann wieder zu vermieten. Also ließ ich es abreißen. Die Aufzeichnungen Mr. Brexelles, die ich hier auszugsweise wiedergegeben habe, fand man beim Abriss in einem vergessenen Schrank. Er stand unter dem Fenstersims in demjenigen der früheren Gästezimmer, das den meisten Komfort geboten hatte. getting real ist. Der ist ein Schrank, Er baut Mäste, Und ich bin ja auch der Zufall Vielen Dank.